Jetzt bin ich nochmal wieder einen richtigen Umweg gerannt. Oh nein! Mann! Gibt's doch gar nicht. Da die Kurzbrücken alle hatten, ey. Doch gar nicht, ey. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich diese Schlange angegriffen kriege. Er kann ja wohl nicht angehen, dass hier keine Schlange anbrechen kann. Die schwarze Galeone entdeckt. Ach du armer Arsch, ist am Arsch der Welt, wo ich bin hier. Die nehmen da richtig deine Bude auseinander, ne? Also die haben echt Bock, ey. Das muss man denen ja lassen. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Oh, das hat gedröhnt, das Horn. Was bedeutet das? Bin ich sicher, es werden mehr Schlangen. Ein Nest von Schlangen wurde besiegt. Wir haben gar nichts besiegt. Was ist das denn? Wahrscheinlich jetzt irgendeine Zeit abgelaufen. Denke auch, ja. Oh, ich brauch dringend Heilung, ne? Ich hab hier nichts. Also die sind jetzt auf jeden Fall weg. Es, also die, äh... Also das... Es steht jetzt halt noch was hier, ne? Aber nicht mehr viel, oder? Doch. Da ist noch durchaus was da. Okay. Wie merkwürdig, dass das so jetzt einfach vorbei ist, oder? Die Zeit ist halt abgelaufen, ne? Hm. Die Zeit ist abgelaufen für die Bude. Die geht ja nicht ewig. Ich glaub, die geht fünf oder zehn Minuten und dann geht die aus. Das hab ich schon so eingestellt. Die kannst du ja, die kannst du ja einstellen. Wie lange die gehen soll. Ja. Deine Bude hat hier jetzt ein paar neue Eingänge bekommen. Toll. Wir haben da echt Bock gehabt. Wir haben da echt Bock gehabt. Ach, du bist ja fast wieder da. Ja. Deif, du bist vor... ähm... Du bist ja vorne wahrscheinlich hier irgendwie bei... 3F oder sowas, ne? Versteine. Ähm... Ja, ich bin im Moment wieder... Wieder gestorben. Vollbusigen werde ich verfolgt. Eigentlich nicht mal ein Ding da weg zu rennen, aber... ...hier hat irgendwie ein Haugegenstand. Oh. Können wir hier jetzt gleich mal Pferde schon mal mitnehmen? Mhm. Mhm. Ich hol mal eben mein Zeug. Und dann können wir Pferde suchen. Wär echt cool. Aber so ein Pferd wär schon... wär schon irgendwie nice to have. Ich sehe den... meinen Schrein. Ich sehe mein Haus. Ich suche meine Totenstelle. Wo haben sie mich denn... Da seh ich dich hüpfen. Ein Schrein davon ist ein Schrein. Ja, ich hab'n... Der Keto Schrein. Ah, ich habe... ...die Hobel-Verehrung bekommen. Wo liege ich da? Oh, jetzt kommen wir noch jenen an. Oh, du bist ja auch richtig schnackig gewesen. Wolle nur meine Wurst schnappen. Ey. Hattest du deine eigene Leiche ab? Natürlich. Da kriege ich doch einen Schlitter. Wo ist denn? Wo ist denn deine? Ah, dann kann ich die auch noch... Kann ich die auch noch mal mitnehmen? Ja. Och, die sind ja immer noch hier. Ja, geil. Ist hier Pilze, das ist total cool. Ich hab Pilze. Ja. Kräutergarten. Die haben ja richtig viel kaputt gemacht. So ein bisschen halt, ne? Du Scheiße. Die hatten ja durchaus Bock gehabt, da ein bisschen rum zu gehören. Meine ganzen... Oh man. Meine Werkbänke, die hier standen, das ist ja alles einfach so jetzt weg. Meine... Meine Schmiede. Das ist schon ein ganz schön harter Verlust, ne? Ja. Das ist noch mal ein kleines Grund, mit mir reinzuziehen. Ja, das läuft. Ganz gerne, wenn ich mich schlafe. Aber du ziehst doch wieder aus. Wollen wir eben los, oder? Wo wollen wir hin? Ähm, Pferde holen. Siehst du nicht, dass ich jetzt hier Probleme habe? Wo soll ich denn jetzt hier ein Pferd unterbringen? Ach, da drüben einfach nur. Was? Ich glaub da drüben war das nur. Ja, die Pferde, Pferde... Ich muss erst mal mein Zuhause wieder aufbauen jetzt. Ah, ich darf mal Pferde holen und geh mal in die Richtung Steiner. Und dann sollte man vielleicht tatsächlich schon überlegen... ...befestigteres... also ein befestigtes Haus zu bauen. Also aus härterem Stein und so. Oh Gott. Das Ding ist halt, es kommt doch immer drauf an, in welcher Gegend du bist, ne? Es gibt halt so gewisse Gegenden... Oh, du hast einen Bossgegner, ne? Bist du einen Bossgegner? Hast du einen Boss? Nee, du warst einfach nur ein ganz normaler Skiverrücken. Du, 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 du... Alter, was ist denn hier mit den Skiverrücken los, Mann? Wir haben ja richtig Party, Mann. Warum kann ich das nicht mehr bauen? So, oh, da fehlt ja auch noch was. Oh, die haben ja alles zerstört hier. Mein Tisch ist weg! Wuuu! Ich bin very traurig. Ich bin froh, dass du nicht die ganze Zeit gestorben bist. Hast du, kannst du meine Bettrolle da mal aufnehmen, die da irgendwo rumliegt? Seh ich grad nicht. Ob ich brauch die dann. Ich krieg das hier, dieses Ding da nicht mehr reingebastelt. Du, was ist das denn? Ein Pferdi, Pferdi, Pferdis. Pferdi, Pferdi, Pferdi. Boah, ist das ätzend. Hast du denn meinen Punkt auf der Karte markiert, wo meine Hütte steht? Dass du da mal wieder hinlaufen musst, oder weißt du, wo das ist? So, jetzt brauch ich nen Ast. Hier bist du glaub ich auch schon mal gestorben, ne? Wer jetzt? Du. Ich? Ja, Steiner ist glaub ich noch nicht hier in dem Gebiet. Ich glaub ich bin jetzt da, wo wir Pferde kriegen könnten. Ich seh nur noch keine... Pferde, 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 Pferde. Waren die früher nicht friedlich da, die komischen Schildgrö... Nee. Ich, oder? Nicht alle. Die Orangen sind definitiv böse. Waa, die waren schon mal friedlich? Waa, nicht doch. Außer wenn ihr dem Nest zu nah gekommen bist. Ach, du meinst hier die ähm... Jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst die ähm, komischen Panzerrückendinger da. Diese Schildkrötenviecher. Ja. Ja, die ähm, da gibt's einen davon, der ist immer ein bisschen unentspannt. Die anderen sind eigentlich friedlich. So, wo sind denn die Pferdi, 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 Pferdis? Okay, ich muss definitiv jetzt richtig viel Zeugs bauen, um... ...mein Haus zu verstärken. Oh, die haben ja auch einen Schmiedeofen kaputt gemacht. Oha, das... Uff. Das tut weh. Es sind ja auch alle Materialien dann weg, die man da drinne hatte, ne? Uff. Ja, die haben so richtig, richtig tolle Bock gehabt. Das tut richtig weh. Oh, Kacke. Wer denn? Ach, Tessa! Oh nein, oh. Ich hab Tessa gefunden, aber ich hab keinen Knüppel mit dabei. Jetzt ist Tessa gestorben. Tut mir leid, Tessa. Nächstes Mal hol ich dich. Tessa hat aber schon... ...ne beeindruckende Größe, ne? Ja... ...will man meinen. Ja, Tessa ist kein kleines Mädchen. Ach! Ich glaub, ich seh den Steiner. Habt ihr euch gefunden? Ja, durch Zufall. Ich glaub, ich seh den. Ja, ja, da ist er, da ist er, da ist er. Nee, der hüpft rum. Nee, der hüpft rum. Irgendwo ein paar Klamotten von mir. Ist der Stein? Wie hat der mich hier gefunden? Was denn? Wir sind einfach... Er ist einfach den Leichenspuren gefolgt. Nein, nein, ich hab ihn nicht. Die hat mich ja richtig zerstückelt. Wie? Wie eklig warst du hier denn? Ich pack jetzt erstmal alles hier rein. Kann halt auch nicht mit ihm interagieren, ne? Das muss... ich glaube, das muss... ...Germanen machen. Der muss... glaub ich... ...muss du... ...mich irgendwie befördern oder so. Ich kann sonst nicht interagieren hier in der Gruppe. Mit anderen Spielern. Kann ich mit jemandem nicht interagieren? Ich hab mich jetzt hier völligst aus der Bahn geworfen. Kannst du das mal machen? Ich... was? Ich... Wenn du auf Clan gehst? Ja, Moment, lass mich mal eben hier... Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich wollte. Oh, du bringst mich ganz durcheinander! Ah! Das hab ich eingesammelt. Und das denn nicht? So, auf Clan! Jetzt möchtest du irgendwelche Berechtigungen haben, richtig? Ich hab dich... Ich hab dich zum Mitglied befördert. Zum Offizier befördert. Jetzt könnte das klappen. Oh, die haben ja auch meinen Stall kaputt gemacht. Alles! Uff! Mein Leibeigenen Rad ist weg. Ich hab das Gefühl, ich kann von vorne anfangen. Hier hinter dir. Okay. Hier da. Oh. Tja. Wer ist das? Gott. Ja, ne? Ja, ne? Kann ja keiner mit ansehen, dass du schon achtmal gestorben bist. Auf den ersten zwei Metern. Sie ist mal der andere. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? So, was macht jetzt Sinn, erstes wieder aufzubauen? Da oben bin ich zum Liegen gekommen. Wo bist du? Da oben? Soll ich mitkommen? Nein, da ist mein... Ja, hab ich gesehen. Oh. Das hat mir gesehen. Okay, ich könnte natürlich jetzt gleich auf die verstärkten Öfen gehen. Da fehlen mir noch ein paar Ziegel. Generell brauchen wir, glaube ich, jetzt bald viel Ziegel. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen Stein suchen und Eisen, damit wir die Eisenverstärkung kriegen. Oh Mann. Es gibt viel zu tun. Laufen wir weg. Okay. Jetzt erstmal, wo hier ein Pferd ist. Ich hab die Pferde immer noch nicht gefunden. Wenn ich schon diesen Mega-Weg zu meiner Base zurücklaufen will, dann wenigstens ein Pferd mitnehmen oder zwei. Aber wo sind die? Wo sind die? Wo sind die rote Hüs? Ähm, die sind ungefähr bei... Moment, rauszoomen. K6. Ganz oben bei diesem kleinen Kreis vom Fluss. K6. Waaah. Kannst du nicht einfach 6K? K. 6K. Und dann sind die bei dem kleinen Kreis und dem Fluss? Ja. Ganz oben. Am Rand von dem Quader. Ist das so ein... Rechts oder links? Rechts. Rechts? Da sind Pferde? Jep. Da geht doch so... Da ist das so ein kleiner Kreis und da geht so ein Weg hoch und da irgendwo sind Pferde, meine ich. Das ist total weit weg. Hä? Nein. Das ist nur einmal... Das ist ein Quader schräg rüber. Waren die nicht auch irgendwo hier vorne mal irgendwo? Hm... Nicht, dass ich wüsste. Und der Wüste oder so? Waren die echt immer schon so weit weg? Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Von mir aus ist das nicht weit weg. Auf der Karte sehen? Achso, doch. Kann ich sehen, genau. Ich hab auch nicht drauf geachtet, wo du... Ja gut, da bist du jetzt wirklich weiter weg. Aber du warst ja eben schon bei mir. Von mir aus war es nicht weit. Jetzt bist du ja schon ein Quader weiter nach unten. Tja, wohl nicht. Ja gut, dann laufen wir jetzt mal einen Kilometer, bis wir die Pferde finden. Da muss ich so kleine Pferde nehmen, ne? Genau. Du sammelst einen Fohlen ein und das musst du dann in deinem Tier vielleicht groß ziehen. Und wenn ich mit so einem großen Pferd dann reite, dann... Kann ich aber auch, glaub ich, reiten, ne? Du, das muss ja erstmal groß werden. Ausgewachsene Pferde kannst du meines Wissens nach nicht sehen hier. Du musst dir schon einen Fohlen nehmen das im Pfärde groß ziehen und dann... das ist das Pferd, dass du auch reiten kannst. Kann ich hier auf der Scheiß. Du스� Süung dann. Kanickel! Komm bei der Spitzhacke. Komm bei der Spitzhacke drauf. Pau bei der Spitzhacke, okay. Oder mit der Axt. der hatte so weit weg sind es ist nicht weit auch schiefer rücken lassen sie mich durch bitte danke so attacke brennt das durch hier so jetzt können wir den die meisterschmiede hier bauen können wir nicht warum weil ich habe keine eisenbarren auf der tasche okay wo ich die jetzt reingeschmissen in den schreien alles wieder aufbauen hier ja es ist auch zum fluchen ich habe alles verloren im gegensatz zu dir du hast ein entspanntes leben gerade band ist leben ja ja aber da haben wir das besser geregelt ich habe ich habe ich habe alles geopfert ich habe meine gefährtin geopfert ich habe jetzt mein zuhause geopfert ich glaube der vorteil wirklich dass da keine schlangen war die schlangen waren oder sind schon echt mies ja und sagen also entspannt sind diese schlangen definitiv nicht so ist schon mal eine verbesserte werkstatt erschaffen so ist wohl wieder eine schmiede ich ziemlich auch und ich brauche wieder ein rad der schmerzen was fehlt mir denn dafür zwirn holz und steine ich bin überlastet ich bin überlastet ich bin überlastet ich bin überlastet ich muss ihn jetzt besser klar steiner bis jetzt lebe ich noch sagen wir mal so ich habe ihm ein heimeltegege gegeben sehr sozial von dir ja Das ist hier ja auch Steinnasen, ne? Ne, lass mich in Ruhe. So, hier ungefähr stand mal meine Schmiede. Ich hätte sie wieder gerne da hingesetzt. Warum geht das jetzt nicht? Das wäre ein Ding. Muss ich die jetzt hier hinbauen? Auch nicht. Ach, Krokodil, bitte. Sehen Sie nicht, dass ich hier gerade bauen möchte. Level up. Wunderbar. Kann man den Pilz mal nicht essen? Ähm. Oh, giftig. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber gut, dass du das jetzt getan hast. Hab ich nicht, ich habe gelesen. Ach so. Ich kann lesen, du standest auch direkt giftig. Ich kann lesen. Ach ja. Ach ja, ist schön, ne? Wir sind Tiger. Ich habe Tiger gesehen, aber Löwen. Äh, wie denn? Äh, sehen meine Pferde noch nicht. Oh, der Löwe. Oh. Ich habe ihn. Untertitelung des ZDF, 2020